Die Talking Drum ist eine sanduhrförmige Sprechtrommel aus Westafrika. Die beiden Membranen sind über eine Schnurspannung miteinander verbunden. Mit dem linken Arm presst der Spieler die Schnüre und verändert so die Tonhöhe. Mit der rechten spielt er mit einem gekrümmten Schlägel. So kann man die Sprache auf die Trommel übertragen. Die melodische Kurve des Sprechens wird ebenso hörbar wie die Länge der Silben. In traditionellen Kulturen Afrikas ist die Talking Drum manchmal noch Kommunikationsmittel als sogenannte Buschtrommel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017